...zu tanzen und der Trachtenkapelle zu zeigen, wie es früher war. Sie experimentieren es hier, wie es früher war oder wie es gewesen ist. Sie können es in Wirklichkeit zeigen. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen viel Spaß bei der Trachtenkapelle aus Wisschnitz. Der Trachtengruppe ist so gut. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste hier in Wahlen, in der Burg Waldau. Ich darf Sie im Namen der Odenwälder Volkstanz und Trachtengruppe Wisschnitz ganz herzlich hier begrüßen. Und der Programmführer, der Herr Schäfer, hat es ja schon gesagt, wir möchten versuchen zu zeigen, wie es früher hier bei uns im Odenwald war. Aber nicht nur im Odenwald, wir haben auch Tänzer aus dem großen Bereich Deutschland, Österreich. Und wir möchten Ihnen für den heutigen Abend auch ein paar Mundartgesichten vortragen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Freude bei dem Gästeabend hier in Wahlen. Den ersten Tanz, den wir Ihnen zeigen möchten, ist die Sternenvorkar. Sie wird praktisch überall getanzt, vielleicht haben Sie es schon mal irgendwo gesehen. Aber überall kommen so kleine, verschiedene andere Figuren dazu. Und wir zeigen Ihnen unsere Version der Sternenvorkar. Applaus 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 Musik 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 Hoi! 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 Und das ist ein Franz, der Stubgarub, der Name von dem Franz. Und das ist ein Franz, der Stubgarub, der Stubgarub, der Stubgarub, der Stubgarub. Und das ist ein Franz, der Stubgarub, der Stubgarub. Musik Die, die, die soll die Raden? Die, die, die soll die Raden? Ja. Die, 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 die größer machen. Ich geh da noch nicht auf den Platz. Die glücklichen Platz gehst halt nicht. Musik 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 , Musik 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 Applaus 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 Applaus